hallöchen freunde und herzlich willkommen zurück zu einer folge faktorio eine herzensangelegenheit heutzutage hallo was geht ab ja ein herz nur für dich hat wesley dir gemacht er hat dir sein herz geschenkt sein faktorio herz das ist sehr nett von euch aber wesley hat auch noch andere geschenke für uns hier jetzt wird geupgradet geupgradet abgegradet abgegradet die abgegradet genau das ist die korrekte schreibweise faktorio in faktorio deutscher also faktorio hat ja ein eigenes deutsch da ist es dann geupgradet genauso wie die direkt beknickung ja das ist stets so geschrieben ja wollen wir dann erzählen was wir hier tolles schon gemacht haben weil ich glaube wir machen jetzt erst mal ein markt mal wer das jetzt rennt hier ja das ist ja wie spitzkatz hier zieht jetzt erst mal ordentlich hoch aber dass wir haben zu wenig öl also wegen mir könnten wir doch eigentlich doch das mit dieser ölpipeline machen was ich vorher ja genau was sagt der puffer hier geht er runter kein stück wieso haben wir über den puffer eigentlich nicht so doch wie macht man so ein display das war mal eben 3000 öl die wir jetzt rausgepulvert haben vier wie macht man diese nixi tubes fünf kennst du dich da aus äh ich nö doch nö 2,1 g konstante summe diese kontaktion schuldigung durch ähm wieso was willst du machen willst du das öl da anzeigen lassen ja ja genau wie viel im puffer drin ist musst du dir welche bauen nimmt man da nixi r oder alpha nixi tube oder wo sind die überhaupt hat das sind ganz normale nixi tubes nixi r ach da unten ja ganz normale nixi r würde ich machen 1 2 3 4 5 6 die setze am besten hier unten hin weil wir hier oder oben oben haben auch kabel ist egal wo habe ich jetzt ohne spaß wo sind die ohne spaß jetzt aber look ich habe sie nicht ich glaube du kriegst gerade ein bisschen ressourcen also wie geht das jetzt ja ok ströme noch oder alter was hier am plastik durch geht ja so und hier machen wir jetzt hier geht kein plastik durch ich schwer und ist auch normal öl oder ja ich so gerade wo sind da das öl was du fasst öl oder ne jetzt einfach nur öl server antwortet nicht warum nicht doch doch der antwortet aber der strom geht wieder zu neigelackert alles sieht doch gut aus jetzt wieder oder hat er gerade wie er es geschaffen ich glaube ich baue mal noch eine ziffer dran damit vorne wenigstens leer stelle steht jetzt reicht der strommasten natürlich nicht doch doch den können wir einmal darüber stellen den können wir einmal darüber stellen ja also wir sehen hier ist geht hier noch bergab zwischen machen ja ich hätte gern hier so nach 33 stellen hätte ich gern punkt dazwischen ja warte stellt dann was denn ja also dass das war der erste streich auf jeden fall bauen wir ordentlich öl ab davon ist nicht mehr viel der ölzug ist jetzt mal wieder gefordert darf man wieder was tun aber wir haben zwischen den aufnahmen auch schon ein bisschen was neues vorbereitet wollen wir uns erstmal auf karte zeigen an die rente machen ja ja genau wohl gerade sagen das sagst du jetzt ja ja genau also wir haben hier verteidigung gebaut warum die verteidigung ist ganz logisch ja warum habt ihr innerhalb der base gebaut da ist doch schon verteidigung vor seid so doof wenn wir mal wenn wir mal auf die map gucken hat benni uns hier ein paar ms verteilt ein paar m und ms und ach ja ach ja stimmt ja es gibt natürlich auch noch andere schokolinsen mit irgendwelchen buchstaben zum beispiel dergleichen also wir haben uns vorgestellt dass wir jetzt einfach mal groß expandieren weil wir dieses kleine uranfeld hier von 334.000 anzapfen wollen werden wir jetzt eine mauer ziehen die von der links vom tümpel hoch geht dann aber rechts rüber zum nächsten tümpel dann haben wir auch gleich wie wäre es hier mit dem ölfeld noch mit drin und das andere uranfeld mit 1,4 millionen das ist ein absolutes nebenprodukt aber ja das ist auch mit drinnen ein kleines eigenerz vorkommen mit 228 haben wir auch noch das können wir dann auch schön weg schnabulieren kohle auch wieder können wir wieder kohle anzapfen für unsere kohle 2,6 millionen und 1,6 millionen heißt das machen wir dann hier auch noch alles an aliens platt nebenbei und wenn wir dann darüber angekommen sind können wir hier dass da erstmal anzapfen und dann kümmern wir uns dass wir hier die mauer rechts auch noch zwischen den beiden tümpeln zu ziehen ganz einfach dann haben wir mit dem finger auf dem bildschirm mit dem finger ja ich rutsche auch gerade runter und ja dann haben wir von daher auch safe und dann machen wir unten die mauer einfach nur gerade gegen dann haben wir unten auch zu und dann hatten wir immer so ein kleines bisschen platz zum bauen würde ich sagen kann kann benni außerhalb seiner faktorismos noch ein paar stromerzeugungsmaßnahmen bauen aliens klatschen aliens klatschen ja wesley hat nebenbei schon weggerissen ja genau werden kann wir kommen hier nirgends raus herz offen gelassen jetzt so wahnsinnig da sind wir wollen wir nicht links anfangen oder so oder rechts oder in der mitte in der mitte immer einer allein hier was jürme wenn ich mache schon gar nicht da ich bin gar nicht da ich bin dafür dass wir links anfangen kann mir ein paar fische mitnehmen da kommt reparatur hinter die herr bennig steigt doch ein das liegt gar nicht verschwand in der wand wollen keiner mehr von ströme was sind doch überall abreisomat auch da ist noch den habe ich wahrlich nicht mehr gesehen so retour hier ist noch eine fabrik ich baue mal ein paar masken wieder ab weil ich glaube so als so viele haben wir haben keinen strom hier oben ja ich komme welche fabrik brauchst du jetzt echt mit den klein brauchen wir die mauer verballern war aber nicht fünf millionen weil die brauchen wir gleich noch mal für die mauer die können wir dann nachher noch mal wieder zurück rennen bis da unten genau die ganze schon haben so denn hier unten das noch nicht mit räumt auf und wenn ich kann nach vorne wieder verteilen das kann gar nicht ruckeln das gelogen jetzt muss ich hier erst mal hinter den türmchen verstecken rüber gehen beschriftlich wollte einfach nur wenn die zone zwei bis da mitten in die base ja es hat geleckt ich bin auf einmal nach rechts unten gedrückt und dann hatte ich ein hänger und plötzlich stand ich in der base und war tot wenn ihr hatten hängers hin und hat deswegen eine 2 bekommen m m m m m m m m m ich habe keine pickaxe wartet auf mich weh es looted eine meine leuche nein kann das kann gar nicht sein ich weiß gar nicht wo die war apropos red marker ja wie geht es wo ist denn die zone da beantwortet nicht was ist denn hier los schlimmer als beim sogar ist es bei dir auch wesley ja echt müssen wir glaube ich gleich mal gucken was da was der sache ist aus der phase geht doch hier irgendwo hier habt ihr schon gefunden wie geht einmal alles aufnehmen rein gucken eine sache ich habe hier gerade 200 zeilen kann ich aufgenommen werden inventar ist voll aber irgendwie hier liegen tut nichts und haben tue ist auch nur denn man geht die schrift weg wahrscheinlich nachdem er alle teile aufgenommen hat ich habe keine einzige mittelgroßen strom das ruckelt schon wieder alles doof was kann die machen ich habe keine ahnung bei wie weit müssen ahnung packen müssen wir noch rum deswegen was er lasst uns mal so lang strecke wirklich mit den anderen machen benny es wird so viel laufen mit jamme keinen strom kann ja auch schon mal die mauer anfangen werden wir die haben wir könnten doch jetzt hier eigentlich so nach oben genau und dann gleich beim letzten massiv hier wo ich bin anfangen oder so weit oben geh weg das kannst du schön alleine abreißen aber so weit oben warum jetzt hat der auch noch meinen strommasten mitgezogen soll ich hier die mauer setzen ja ja da du bist so eine nase ne anstatt das so zu machen dass der scheiß strommast mit in der base ist ne halt jemal baut in die base scheiß drauf los gelitten alien estern müssen weichen für trams mauer da hab ich keine mauer keine türme kein nichts warum bauen die alle nichts glaub meine robys bauen nicht weiß ich nicht ich stelle mich jetzt erst mal zur verfügung und baue baue die tore jetzt müssten wir haben ja noch keine direkt verbindung zu den wir haben ja noch keine logistik direkt verbindung weil sonst wäre es ja noch geiler in verbindung was steht davor hier das siehst du warte ich besorge uns mal kurz was kannst du wenn du eh hier entlang läuft dann logistik bitte bis einmal hier hoch legen bis in die base rein das haben wir dann auf dem rückweg bis zur mauer weil dann können jetzt schon reparatur kids und die robis und überhaupt wenn ich kann es da bitte mal entfernen die mauer macht nicht weg raus ja das fiese ist das eventuell die dings drunter sind ja jetzt den schalte ich einfach hin wenn es knallt dann knallt das wird jetzt natürlich sehr lustig das ist alle das ist das wasser er hat natürlich nicht hier stehen noch ein paar strom ist nun ist ja praktisch was ich habe jetzt einfach mal ein paar reparatur kitsch hier drin verteilt warte mal hier ist irgendwie was ist das also ne das ist ein kleines feld ich habe da genau so viel wie er mitnimmt ich habe mehr dann schmeißt doch mal ein paar ins system hier rein dass die hier schon mal reparieren können ich habe kein tor mehr ich habe auch keine mehr kann er bauen ich habe noch alles ich weiß was wir vergessen haben ein bisschen würde ich ruhig noch weitergehen ein noch oder ein noch und dann gehst du runter dann gehst du unter kluck kluck ich habe gar nichts mehr mit da du brauchst auch nichts im inventar ist ja gut geht mir die ganze kaputt und robis oder wie lange sind wir auch okay ich dachte schon wir werden schon so was von drüber weil wir so viele erreicht haben in einer folge das ist unglaublich haben wir sie kein quatsch was fliegt ihr alle da draußen hin was wollt ihr denn da müssen sie sich jetzt eigentlich alle aufladen das ist ja was haben sie denn da oben gebaut was ist denn da ach da sind fische mann 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 unglaublich ja ist gut ungeheuerlich jetzt ist aber schluss hat noch jemand robo hangari hangari ja vier ich habe nichts mehr ich mache hier gerade sicht im welches hier ehrlich ich kümmere mich hier gerade um sicht weil kann keine bauen weil mir eisenplatten fehlen kann ich welche bauen bitte nicht 6 ja ich warte und ich warte sind die schnell unter der mann und dann müssen alle bei mir aufladen die bauen einfach nicht kaputt was fehlten irgendwo fehlt noch strom oder warum kommt da kein strom für die alien sind eingebaut oder gleich platt machen ich habe meine batterie haben die robys kein strom warum haben die hier kein strom die robys ab wenn ich weiß die robys ab geladen sind dann wieder auch warum sind hier keine keine strom verbindung wieso ist dann rohr überall zwischendrin mal wieder so ein paar strommasten was sind nicht der baut die immer nicht warum da jetzt kann ich nicht da unten wenn da kein strom ist ist schon jetzt ist der strom oder schon alles gebaut ich war aber die ganze zeit von strom ja da oben die klonen aber ein paar ja was willst du denn da kann man hier vielleicht noch ein bisschen nicht weiter bauen sonst greifen wieder an ich habe keinen der baut dann nur die strom meisten und dann werden die zerstört ja ich stehe doch hier ich habe oben mal die eine ecke ein bisschen verstärkt weil da aber nur keine mauer wenn die ich komme ja schon kommen ja nicht durch den wald durch da war schon hier diesen kollisionsdings diesen trikollisions da kommt man trotzdem nicht durch mein hartnäckiges zeug wo sind hier der nächste hier wartet noch ein roby auf dass irgendeiner was macht und meiner habe ich alle wieder ich gehe mal nach oben guck mal jetzt ok der weiß nicht wohin mit dem holz was noch die dicken türen ja ja Um, 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 um... wieder auf die mauer anschließen zack dann können wir hier die mauer abreißen oder dann haben wir ja auch wieder zig mauer ja eigentlich eigentlich könnten wir das tun und robo stehen lassen obwohl die würde ich erst mal noch stehen lassen so lange wir noch nicht zu sind oder ja er stimmt so wohl ich uns mal ein paar roboter hangar stimmen wir auch ein paar sachen bis hier hochlegen dann wieder kein öl unser öl geht zur neige baut mehr ölraffenerie ist der der zug zu langsam oder was ja es geht nein eigentlich nicht hier und die fabriken etwas zu langsam das umwandeln von leichter in petroleum geht so langsam muss hier mal aufstocken kommt aber auch zu wenig öl rein geht so oder nicht ach stimmt ja ist zu wenig öl öl ist alle ja so wer sagt eben das was er bestellt hat dann gehe ich noch mal kurz durch und verbinden mal unser look gesteck gesteck logische kiste ganz logische kiste das heißt wir haben in einer folge unser gebiet markt schwind verdoppelt oder naja noch ist es nicht safe ja aber wenn ich die mauern alle gezogen haben dann haben wir das verdreifacht wenn wir die beiden die anderen dann läuft ja die andere zwei mauern sind nur kleine stücke haben wir schnell müssen wir noch die alien nester platt machen aber wenn ich jetzt radare sehr gut hätte ich schon wieder vergessen was wo gerade habe ich doch gesetzt der folge ist ja schon wieder zu ende gerade sind wir jetzt einmal rum und logistik habe ich auch angeschlossen wenn ich immer gucken jawohl nein da ist ein alien ich wollte gerade nach hause laufen geht mal bitte auf die karte und macht mal den strom an uns guckt euch mal den weg an wie wir da hochgelaufen sind wie steht es eigentlich gerade mit dem deathcounter ich kann den ja jetzt nicht sehen warum nicht musst du in die folge gucken ja benni ist jetzt auf auf 2 ich bin mit meiner landminenaktion immer noch auf 4 und du hast auch schon einen tod und zocker und anubis sind noch 0 er sagt noch 0 die haben echt beide noch 0 die sind ja auch nie da das muss ich glaube ich bald ändern also das wird bald geändert lauf schneller lauf schneller wo ist die mauer wo ist die mauer lauf benni lauf rubis macht hinne nicht aussteigen die opfern sich für dich ja also freunde ich würde sagen wird mit dem blick logistik habt ihr noch nicht oben eingestellt logistik ist oben alles ist oben strom ist dann hätte ich doch schon dann hätten doch die robis mir schon wirklich alles hoch bringen müssen können ja aber du rennst ja immer aus dem aus dem bereich raus gehe ich mal von aus nein nein nicht freunde ich würde sagen mit dieser übersicht und dem jingle können wir uns getrost aus dieser folge verabschieden nächste folge werden wir weiter expandieren ja und dann kommt die säuberungsaktion das dürfen wir nicht vergessen wir bringen die freiheit bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschau